Ostwärts. Oh Leute, hoffentlich endlich raus aus diesem Schnee, sehr kälte. Es ist Mai, der Wundemonat. Lenny! Micah! Wunderschön! Ja, Boss. Du zwei, in die Mitte, zu erinnern, dass es keine Überraschungen gibt. Wir haben genug von diesen. Ich? Mit dem Mann? Wir gehen. Komm schon, kid. Du kannst mir einen Whisky kaufen. Wir dürfen auch noch Kutsche fahren, Leute. Oh, das ist grün um uns herum. Okay, let's take a look. You all right back there? Everything looks all right. Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Doctor. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Say less. Pick the wheel up. It's over. It's over. Oh, my. Nearly there. Yeah, boy. There. See? You ain't so useless after all. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on. Let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left, inland. So? Yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them, it was. Every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't. In spite of Dutchess' talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. They told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. All the life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man and the drink had a mean hold on him. Around 13. I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. That's when it's when 13, 14 war Arthur. Wait. I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Are we still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls. Our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait. What's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him. But we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Okay, aber Hosean. So ein bisschen skeptisch, ne, was das dazu betrifft. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah. You can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay. Thank you. Gut, wir haben Kräuter bekommen. Ginseng und Schlafkabel. Damit können wir kochen, Arznei herstellen, Tinkturen und so weiter. Und da gibt es einige von solchen nützlichen Gewächsen zu finden. Wir können überhaupt mal ins Compendium gucken und uns das mal angucken. Ginseng kann zur Herstellung von starkem Wundertonikum verwendet werden. Die Sträuche des amerikanischen Ginsengs sind an ihren großen handförmigen Blättern, ihren glatten Stängeln und ihren roten Beeren zu erkennen, die in kleineren Trauben wachsen als beim Igelkraftwurz. Diese Pflanzen sind in Wäldern und Feuchtgebieten von West Elizabeth bis zu den Randgebieten von Nuanova heimisch. Diese Heilpflanze kann zu Arzneien weiterverarbeitet oder verzehrt werden, um deinen Gesundheitskern wieder aufzufüllen. Ja, und dann haben wir noch, eigentlich bist du noch was anderes, wir können hier nochmal blättern, genau. Ja, ihr seht, hier sind einige Plätze noch frei. Schafgabe haben wir noch kennengelernt, kann zur Herstellung von starken Arzneien verwendet werden. Schafgabe ist leicht an ihren langen, dünnen Stängeln und roten Blütentrauben zu erkennen. Diese Pflanze ist im Grasland und in offenen Waldgebieten in Nuanova und Lemoyne zu finden. Schafgabe eignet sich zum Verzehr, um den Kern deiner Gesundheit wieder aufzufüllen, kann aber auch zu Arzneien verarbeitet werden. Also man kann es auch direkt verzehren. Ah, ich komme auch anders raus. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen Tempo machen. Aber schön ist es hier. Okay, steck auf. Okay, let's go. Hier rechts. Any trouble getting in here, Javier? No, it went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now anyway. Here we are, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen. We have survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. A long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now. And we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now, get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town. All mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, uh, we need food. Real food. That means every day, one of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now, be sensible out there. Now, the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson. I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Ah, Miss Grimshaw. We got off the mountain. and rode east into some pretty enough country called the Heartlands. They've been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, despite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunate he's forced money upon. Thank you. And you? I'm going to read a book. Liebe Leute, willkommen in der Freiheit. Nicht jetzt geht das Spiel richtig los. Bis jetzt war alles sehr, sehr linear, sehr, sehr festgelegt. Aber jetzt steht uns hier eine ganze Welt offen. Arthur, mein Junge, mein Junge, mein Junge, mein Junge. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Genau, Dutch sagt es auch noch mal. Jetzt beginnt die Freiheit. Ja, liebe Leute. Und die werden wir zu Nutzen wissen, würde ich mal sagen. Wir haben so viele Möglichkeiten, was wir jetzt hier tun können. Ich würde vorschlagen, wir gehen es ganz ruhig an und gucken uns erst mal das Lager wirklich ganz genau an. Also erst mal das, was hier Arthur selbst besitzt. Und dann schauen wir uns um, wie es den anderen geht, was hier vielleicht irgendwo zu tun ist, was wir machen können und so weiter und so fort. Wir müssen auch gucken, wir haben diese Briefe von Leviticus mit eingesteckt, dass wir die noch lesen, Tagebuch angucken. Eieiei, wir haben so viel zu tun und ich freue mich drauf. Wahnsinnig. Gut. Ja, vielleicht beginnen wir mal damit. Wir haben, glaube ich, noch, haben wir noch Winterklamotten? Was sind das für Sachen, die wir jetzt hier anhaben? Morning, Arthur. Morning, Pearson. Komm, wir ziehen uns mal um, wir gucken uns mal die Garderobe an. Also, das läuft so. Man kann entweder gesamte Outfits quasi hier anlegen. Manche sind schon vorgegeben. Man kann später noch welche dazu kaufen. Ihr seht, ich gehe mal so ein bisschen durch, was hier möglich ist. Oder man kann auch das selber definieren. Quasi die Einzelteile dessen, was man hat. Ich würde mal sagen, beim Hut belassen wir es mal. Das ist Arfers Glücksspielerhut. Oder der gefällt mir eigentlich. Ja, den lassen wir so, wie er ist. Genau. Dann haben wir Mäntel. Habe ich den jetzt beibehalten? Ja, ne? Okay. So, beim Mantel. Staubmantel. Nicht schlecht. Aber jetzt vielleicht mal, gleich mal grundsätzlich. Wie möchte ich unseren Afer anlegen? Klar, wir können nicht großartig die Handlung beeinflussen. Aber so vom Typ her, wie ich ihn mir vorstelle. Ich würde ihn mir vorstellen, als jemand, der eher ein Eigenbrödler ist. Der gerne alleine ist. Der gerne so sein Ding macht. Der gerne auch in der Natur ist. In den Wäldern ist. Jagd. Wir haben ja jetzt mit Fall und Bogen Jagd gelernt. Daran hat er vielleicht auch seine Freude gefunden. Hier fürs Lager Fleisch besorgt und so weiter. Vielleicht auch so ein bisschen wie ein Trapper unterwegs ist. Fälle handelt. Ab und an. Der gerne vielleicht die Natur beobachtet. Tiere beobachtet. Und solche Geschichten. Natürlich ab und an auch in die Stadt geht, um Dinge zu verkaufen, um zu kaufen, um guten Whisky zu trinken. Vielleicht auch mit der einen oder anderen Dame sich zu vergnügen. Und so weiter und so fort. Aber ansonsten eher das Stadtleben mit einer gewissen Skepsis und Abscheu betrachtet. Aber manchmal muss man ja hin. So ein Typ ist er. Und dementsprechend wollen wir ihn auch ausstatten. Also ein bisschen jagdmäßig. Montana Mantel. Der ist für kalte Gegner. Eine Hirschbock-Jagdjacke könnte man nehmen. Oh, schaut mal. Jemand hört klassische Musik. Oder hört mal, besser gesagt. Hirschbock. Ja, warum nicht? Klar. Nehmen wir das mal. So. Am besten eine King-Hirschbock-Wederliste. Das sieht doch ganz gut aus. Die nehmen wir. Oberteile. Alltagshemd. Alltagsüberhemd. Französisches Anzugshemd. Ach, lange Unterwäsche. Ich finde, das passt zur Hafe, oder? Das nehmen wir. Gut. Da drunter hat er das. So, und als Hose. Jeans. Arbeitshose. Gekrempelte Stadthose. Oder eine Ranch-Hose. Wir nehmen mal die Arbeitshose. Das ist okay. Nehmen wir mal die Farbe. Da kriegen wir im Laufe der Zeit vielleicht auch noch andere Sachen. Und Hosenträger hat er auf jeden Fall auch dabei. Gut. Okay, so sieht unser Arfler erstmal aus. Du hast keine Outfits für kaltes Wetter auf deinem Pferd. Okay, das müssen wir auch noch machen, falls wir mal in die Kälte kommen. Sollten wir da was dabei haben. Wir machen mal folgendes. Wir wählen mal einfach das Revolverheld-Outfit und machen auf dem Pferd Lagern. So, das heißt, im Notfall können wir da wechseln. Aber jetzt sehen wir erstmal so aus. So, die beiden unterhalten sich dann. Arthur never said he didn't drop it. No, not Arthur. Also a couple of morons threatened the lynchman. So, I ran away, came back, robbed it. Good lad. How about you? A few bits and pieces. Nothing that exciting. Not yet, at least. Okay, achso, die haben sich gefragt, was sie gerade so gemacht haben. No quiet, Jose. Thankfully, yes. Good. Did you and Michael see anything, when you rode ahead? Nothing we need to worry about. Okay, good. Alles klar. Aber es ist ja alles schon ein paar Wochen her, also als sie davor geritten sind. Ich glaube, eben ging es darum, was sie in diesen Wochen schon erledigt haben. So, wir schauen uns weiter an, was hier bei Arthur so los ist. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Fotografie. Okay. Wer kann das sein? Beatrice Morgan, Spring Rocks, 1870. Ich schätze mal, dass es könnte Arfas Mutter sein, oder? Ähm, warte mal. Es wurde gesagt, er ist mit 13 und 14 angekommen und er ist seit 20 Jahren da. Das heißt, 89, 79 muss er zur Bande gekommen sein. 69. Ja, okay. Dann war das ein Bild, wo er vielleicht so 3, 4 Jahre alt war, würde ich schätzen. Interessant. Okay. Hier liegt noch ein Buch rum. Das können wir auch irgendwie uns anschauen. Aber es ist schwer zu aktivieren. Hier. Ne, rasieren will ich nicht. Ich will einfach mal kurz aufs Buch gucken. Hm, stehen wir doof. Das ist ein bisschen ein Nachteil dieses Systems. So, Spaziergänge durch Wald und Wiesen heißt es. Da erfahren wir ein bisschen was über was. Botanik. Ja. Gut, ich würde mal sagen, hier geht es um Pilze. Das lernen wir, schauen wir uns mal später, ob das wir genauer haben. Wir gucken jetzt erst mal, was wir haben. Wir haben hier noch eine Fotografie. Oh, das scheint irgendwie eine jüngere Dame zu sein. Steht da was hinten drauf? Ne, gar nichts. Hat Afa eine Frau? Eine verflossene? Wir haben hier noch ein Buch. Wir haben überhaupt noch ein bisschen mehr. Ein Zeitungsausschnitt über den ersten Banküberfall. Okay. Lesen wir das mal. 15. April 1887. Dreister Banküberfall. Drei Männer gesucht. Seit einigen Jahren ist Major T.J. Belfort nun schon Kassierer bei der Lee & Hoyt Bank. Aber nichts konnte ihn auf die Ereignisse der letzten Woche vorbereiten. Es war ungefähr um zwei Uhr. Drei Männer, die ich nicht kannte, traten durch die Tür und kamen zum Schalter. Einer von ihnen, der Älteste, war sehr wortgewandt und verwickelte mich in ein Gespräch. Das wird Dutch gewesen sein. Plötzlich zog der Größte, ein mürrischer junger Mann, eine Waffe und hielt sie mir vor das Gesicht. Hände hoch, sagte der Dritte, der hier Anführer gewesen sein muss. Ne, halt, der Dritte ist Dutch, der andere ist bestimmt Hosea und der mürrische junge Mann ist vielleicht Afa. Die anderen beiden wiederholten die Aufforderung. Fluchend und der Anführer sagte, meine lieben patriotischen Freunde und ich werden sie jetzt um ihr Gold erleichtern und einigen Menschen die Vorzüge der Zivilisation näher bringen. Dann kamen sie hinter den Schalter und nahmen sich ein paar Säcke, in denen 5000 Dollar Gold waren. Sie wollten wissen, wo der Rest des Geldes war und ich zeigte auf drei Säcke mit Silber, aber die waren ihnen zu groß. Sie machten sich daran zu fliehen und warnten mich davor, den Alarm auszulösen. Solch eine Angst hatte ich meinem ganzen Leben noch nicht, sagte Mr. Belfort einem Reporter. Die Räuber sollen sich noch eine Weile in der Stadt aufgehalten haben und, wie unbestätigte Quellen behaupten, sollen sie verschiedene Armenhütten und Waisenhäuser besucht haben, wo sie Teile ihrer unlauteren Beute verteilten. Oh, okay, die sind so ein bisschen Robert-Hoot-mäßig unterwegs oder unterwegs gewesen. Ist das noch so? Das wird sich zeigen. So, wir haben noch das Zoologische Kompendium. Schön. Was für schöne Bücher-Afer hat. Okay. Der Dachs, das Stinktier. Ich hoffe, wir finden noch eine freie Minute, um das zu lesen. Gut. Ich glaube, warte mal, da. Untersuchung, was heißt das? Ach, schaut mal. Arfers Hufeisen. Hosea, Dutch und Arfer. Schaut mal in die Jugendbilder. Wie cool. Haha. Okay, das ist ein Hufeisen. Arfers Vater. Lyle Morgan. In Lassani oder so. 1874. Da hat Arfer auch schon gelebt, oder? Arfers Hund? Arfer hatte einen Hund, Leute. Oh, das hat er sich aber echt hübsch hier gemacht. Gut. So, aber das, glaube ich, ist noch nicht alles, was wir bei Arfers Wagen haben, sondern... Morning, Arfers. Morning, ladies. How are you doing, Karin? Oh, all right, I guess. Grimshaw's driving me crazy. Well, so no change there. Well, I should get back to it. Sure, Arthur. All right, Mayor Beth. I'm bored out of my mind. Been cooped up for days. Well, bored is better than freezing. Da hat sie nichts zu antworten. Okay, I'll catch you later, Dan. All right, Arthur. So, was ich eigentlich wollte, ich wollte hier nochmal hinter den Wagen gucken, denn in Arfers Wagen wird die Munition gelagert. Allerdings ist jetzt, glaube ich, nix da, oder so gut wie nix. Revolver-Munition, können wir uns mal nehmen. Pistolenmunition, ich weiß gar nicht, haben wir noch gar nicht. Ja, und man kann, das wird alles noch Thema werden, man kann vorne über die Kasse und das Buch, das Lagerbuch, kann man hier Nachschub beordern. Das wird dann hergebracht, dann kann man sich das Zeug hier nehmen. Also alle aus der Bande können sich das nehmen, wenn sie brauchen. Auch man sollte so ein bisschen dafür sorgen, dass immer Nachschub da ist. Oben rechts seht ihr drei rote Symbole für Nahrung, Munition und Medizin. Das sind so die drei Nachschubelemente, die hier im Lager eine Rolle spielen. Liebe Leute, wir sind erst am Anfang der Lagererkundung, aber an dieser Stelle machen wir erstmal eine Pause. In der nächsten Folge machen wir weiter damit und schauen, was hier noch so los ist. Jeder hat so sein Ding zu erledigen. Schaut mal da hinten. Ist das Herr Strauss? Ich weiß es nicht. Wir genießen mal dann ein bisschen die Aussicht. Ach, wir haben so viel, was wir tun können. Wir wollen es auch nicht überheilen. Keine Hektik. Also, genau, wir werden daran ernen, dass wir Piersen Tiere bringen sollen, damit er Fleisch für Essen hat und so weiter. Auch das werden wir tun. Das wird, glaube ich, das Übernächste sein, dass wir mal ein bisschen auf Jagd gehen. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Euer Steinwallen. Ich weiß es nicht.